Warum schenken wir nicht? Wenn man beginnt, mit Menschen über eine Schenkwirtschaft zu reden, die noch nie oder nur wenig davon gehört haben, begegnet man zunächst vor allem Angst. Der Angst, sich bei einer Realisierung nicht mehr versorgen zu können. Dabei ist dieser Mangel in einer Monetärökonomie viel realistischer als in einer Schenkökonomie. In einer Monetärökonomie ist Mangel essentiell für deren Funktion. Viele Menschen glauben, in einer Schenkökonomie zum Schenken verpflichtet zu sein. Also jemand, der eine Leistung von einem anderen haben möchte, kann diesen anderen zwingen, sie ihm zu geben oder sie ihm, gegen dessen Willen, wegnehmen. Der gesetzliche Zwang zur Herausgabe von Leistungen ist ein Szenario, mit dem Angst vor der Schenkwirtschaft erzeugt werden soll, welches aber eher in diktatorischen und kapitalistischen Verhältnissen anzutreffen ist, wenn Handlanger der Macht diese gegen Schwächere ausüben. Ich darf beruhigen, es gibt keinen Zwang. Und auch in der Schenkökonomie wird der Besitz eines anderen respektiert. Abgesehen davon gibt es, wenn es richtig gehandhabt wird, in diesem Sinne keine Knappheit. Zumindest keine künstlich erzeugte. Weil es keinen wirtschaftlichen Vorteil gibt, sind Diebstahl und Raub unsinnig. In monetären Wirtschaftssystemen ist die Wegnahme und die Ausbeutung ebenfalls essentiell. Eine Schenkwirtschaft oder tauschfreie Güterverteilung beruht auf anderen Prinzipien. Zudem, dass niemand zum Schenken gezwungen wird, ist nicht festgelegt, von wem, was und wie viel geschenkt wird. Die Güterverteilung funktioniert auf etwas andere Weise. Wohl aber kann man im Handel, in einer auf Waren basierenden Güterverteilung, zu einer Gegenleistung gezwungen werden, auch wenn diese die eigenen Kapazitäten, Möglichkeiten oder Ressourcen übersteigt. Dann geraten Menschen in eine Schuld. Genauso wenig wie derjenige, der verkauft, gleich alles verkauft, verschenkt derjenige, der schenkt, nicht gleich alles, was er hat. Das ist einer der ersten Denkfehler, wenn man über eine Gesellschaft der Schenkökonomie nachdenkt. Der zweite ist, wer schenkt, bekommt nichts zurück. Richtig ist, wenn alle schenken, wird jeder beschenkt. Das heißt, schenken besteht nicht nur aus geben, sondern auch aus bekommen. Das wurde im Beitrag »Warum brauchen wir Geld?« bereits angerissen. Der dritte ist, dass man sich das Schenken bzw. die Güterverteilung in dieser Wirtschaftsform als ein permanentes, überdimensionales Weihnachtsfest vorstellt, bei dem alle Menschen mit einem Bedarf sich irgendwo treffen und sich gegenseitig beschenken. Eine solche Art der Güterverteilung würde tatsächlich in ein Chaos ausarten. Vielleicht weckt der Begriff »Schenkökonomie« auch die falschen Vorstellungen. Diese Vorstellung besteht übrigens abgeschwächt auch unter den Menschen, die schon sehr konkret über eine solche Gesellschaft nachgedacht haben. Wenn jemand Geburtstag hat, wollen wir ihn manchmal mit einem Geschenk überraschen. Der Beschenkte weiß manchmal nicht, dass er ein Geschenk bekommt. Und selbst wenn, weiß er nicht was. Sie erinnern sich vielleicht an die Definition »Was ist Handel?« Eine Schenkung ist also das genaue Gegenteil eines Handels, eines Handelsgeschäfts bzw. Vertragsgeschäfts im Handel, je nachdem, wie man das nennen möchte. Es gibt keine Absprache und keine Aufrechnung. Manche Menschen schenken, was gefällt, andere was gebraucht oder gewollt wird. Sozusagen bedarfsorientiertes Schenken. Diese letzte Art und Weise trifft das Vorgehen in einer Schenkökonomie noch am ehesten. Vielleicht nennen wir sie von nun an auch anders. Zum Beispiel eine tauschfreie Wirtschaft? Diskutieren wir das zu einem anderen Zeitpunkt. Im Kleinen könnte man damit beginnen, dass wir Güter schenken, die wir selbst nicht brauchen. Und wir schenken Dienste, die wir gerne tun. Und wenn jeder schenkt, wird auch jeder beschenkt. Auf diese Weise braucht niemand Angst, vor einer Unterversorgung zu haben. Im Gegenteil. In einer auf Geld basierenden Wirtschaft ist es nicht möglich, sich ohne Geld zu versorgen. Bekommt jemand keine Anstellung für eine Lohnarbeit und fällt auch sonst durch die sozialen Netze, die es nicht in allen Ländern gibt, steht dieser ohne Geld da. Der Erwerb von Lebensmitteln, Wohnung, Kleidung, Energie und vielem anderen ist jedoch von Geld abhängig. Damit wird die Situation sogar existenzbedrohend. Viele der an Hunger sterbenden Menschen sind zuvor derart schwach, dass sie keine Arbeitskraft besitzen, die sie verkaufen könnten, gäbe es in diesen Regionen ausreichend Lohnarbeitsplätze. Zwischen lebensrettender Nahrung und dem Tod steht Geld, weil Lebensmittel Waren sind. In einer tauschfreien Güterverteilung ist man auch ohne Geld versorgt. Und nochmal Ängste. Kann man mich in einer Schenkökonomie nicht schamlos ausnutzen und benachteiligen? In einer auf Geld basierenden Wirtschaft werden Menschen und auch Tiere permanent als Arbeitskraft ausgenutzt. Aber nur Menschen bekommen und brauchen Lohn in Form von Geld. Es gibt Löhne, die so niedrig sind, dass die Menschen nicht oder eben gerade noch davon leben können. Damit zusammenhängt die Frage, die hier jetzt nicht behandelt wird, wo beginnt das Ausnutzen und was stellt für den Einzelnen ein Ausnutzen dar? Wie viele Tiere lassen ihr Leben, um uns Menschen als Nahrung zu dienen, weil die Fleischindustrie und die Gesundheitsindustrie uns erklären, dass es dazu keine Alternative gibt? Oder es wird mit der Ausrede der Natürlichkeit gearbeitet, während die Nahrungstierhaltung alles andere als natürlich ist. Der Fokus der Fleischindustrie liegt jedoch keineswegs auf dem Wohl der Schlachttiere, genauso wenig wie der Fokus der Gesundheitsindustrie auf dem Wohl der Menschen liegt, sondern bei beiden auf Verkauf und Gewinn. Gerade in Bezug auf Arbeit ist es für die Zuhörer und Gesprächspartner oft befremdlich, dass es auch hierbei in einer tauschfreien Wirtschaft keinen Zwang gibt und nicht geben kann. Jede Lohnarbeit ist ein Verkauf von Arbeitskraft. Innerhalb dieses Vertragsgeschäftes, genannt Arbeitsvertrag, sitzt der Arbeitgeber meist am längeren Hebel und kann zu einem großen Teil die Arbeitsbedingungen diktieren. Dass die gestellten Aufgaben mit den Interessen des Arbeitnehmers zusammentreffen, ist eher seltener der Fall. Und unter der Prämisse des Profits entsteht Druck, der gemäß dem Dogma des permanenten Wachstums ebenfalls permanent steigt. Die vom Arbeitgeber angekaufte Arbeitskraft muss sich schließlich rentieren. Der Arbeitgeber sowie die Abhängigkeit von Geld erzeugen Angst vor Arbeitslosigkeit und Mangel. Obwohl in einer tauschfreien Güterverteilung sich die eigene Arbeitsleistung an den individuellen Interessen, Möglichkeiten und Kapazitäten orientieren kann, weil die Rendite der Arbeitskraft wegfällt, zeigten Experimente, dass sich dennoch für alle notwendigen Arbeiten jemand findet, der sie erledigt. Auch wenn diese nicht immer angenehm sind. In der Monetärekonomie wird hingegen permanent die individuelle Arbeitskapazität mit allen anderen verglichen und gleichgesetzt. Andere schaffen das auch, ist der verräterische Satz, den man bei Anzeichen von Schwäche hört. Individualität Individualität wird zurückgedrängt. Entsprechende Aussagen wie jeder hat mal eine schwache Zeit verkommen zu Lippenbekenntnissen. Man hat genauso zu funktionieren wie alle anderen auch. Schnell, effizient und fehlerfrei. Diese Haltung wurde zwar in den vergangenen Jahrzehnten versucht zu kaschieren, doch die Logik des Geldes lässt eine Abkehr davon nicht zu. Es wird immer Zeiten geben, in denen jemand mehr arbeitet als andere, weil es ihm gerade gut geht, weil er gerade eben viel zu tun hat und andere weniger. Umgekehrt wird es auch Zeiten geben, in denen genau dieser jemand sich scheinbar einen schönen Lenz macht, während andere schuften. In einer tauschfreien Wirtschaft kann jeder dem anderen vertrauen, dass er seinen Beitrag nach seinen Möglichkeiten leistet und dem entsprechend auch mal langsam tun kann. Die Beteiligung an den anstehenden Arbeiten bleibt jedem selbst überlassen, aber im Bewusstsein, dass jede Nachlässigkeit sich auf die Gemeinschaft auswirkt und jedes Verhalten gegenüber der Gemeinschaft auf einen Selbst zurückfällt. Dass jemand eine Zeit lang gar nicht arbeitet, ist aber auch in der monetären Wirtschaft möglich und unter dem Begriff Blaumachen bekannt. Und wieder spielt dort das implizierte, gewohnheitsmäßige, gegenseitige Misstrauen hinein, dass einer sich auf Kosten anderer, besonders der jeweils eigenen, einen vermeintlich nicht gerechtfertigten Vorteil verschafft. Deshalb braucht es in dieser Wirtschaftsform permanent Dritte, die bestätigen, dass es einem physisch oder psychisch nicht gut geht. Also Ärzte und Psychologen, die wiederum von den Arbeitnehmern direkt oder über die Krankenkasse oder von der Pharmaindustrie bezahlt werden. Was, wenn jemand nicht mitmacht? In der tauschfreien Wirtschaft soll bereits für die Kinder selbstverständlich werden, dass Vertrauen nicht missbraucht werden darf. Dieses Selbstverständnis ist eine Sache, die jeder in sich selbst richten muss, aber die er auch an seine Nachkommen und an sein Umfeld weitergeben kann. Heute lernen die Kinder von ihrem Umfeld in Schule, Studium, Lehre, von der Gesellschaft, Konkurrenz und Egoismus. Intrigieren und Betrügen werden belohnt, selbst wenn man erwischt wird. Ehrlichkeit, Rücksicht und Empathie sind nichts weiter als Heuchelei, will man erfolgreich sein. In einer Schenkökonomie erfahren sie Kooperation und Miteinander. Aber machen nicht dann einige Dauerurlaub? Grundsätzlich ist es so, dass sich jeder seine Aufgabe selbst sucht. Es ist eine Erkenntnis, die in der Wissenschaft schon lange bekannt ist. Menschen brauchen nicht nur Lebensmittel, sie brauchen auch eine Aufgabe. Sicher gibt es viele Menschen, die im Urlaub einfach nur Tag für Tag in der Sonne liegen. Aber ich schätze, spätestens nach einer Woche wird das irgendwie langweilig. Dann wird der Urlaubsort erforscht. Wir bemerken den aufkommenden Drang nach Aktivität. Andere Menschen gestalten in ihrem Urlaub, Urlaub, und Garten. Wieder andere basteln oder suchen sich andere Aufgaben. Es gibt kaum Zeiten, in denen Menschen wirklich absolut nichts tun. Das Bild vom faulen, egoistischen und raffgierigen Menschen existiert und dient Herrschenden als Begründung für ihre Herrschaft. Denn dieses grausige Wesen muss schließlich geführt und zivilisiert werden. Von besseren Menschen versteht sich. Und selbstverständlich definieren die besseren Menschen, wer die besseren Menschen sind. Auf dieser Grundlage wird auch die Notwendigkeit einer ordnenden Obrigkeit wie Regierung oder Gott gelehrt. Sie wird von Medien glorifiziert mit Schlagzeilen und entsprechenden Bildern sowie in Filmen Texten Liedern und Spielen. Aber dieses Menschenbild wird immer wieder widerlegt und kann in der propagierten Art nicht beobachtet werden. Sogar diejenigen, die selbst zu dieser Obrigkeit gehören und solche, die diesem Bild entsprechen wollen, schaffen das nicht auf Dauer. Aber in der monetär basierten Wirtschaft kann jemand, der ein großes Familienvermögen besitzt, durchaus ein oder zwei Jahre auf Urlaub gehen und das Vermögen durch einen Angestellten verwalten lassen. Diese Menschen haben im Sinne eines Arbeiters noch nie etwas geleistet. Im Sinne einer Meritokratie dürften sie diesen Reichtum und ihre soziale Position gar nicht haben, denn sie haben sich beides nicht durch Leistung verdient, sondern dadurch erhalten, dass sie in diesem Umfeld geboren wurden. Schlüsse Alles, was in einer tauschfreien Wirtschaft an Benachteiligungen befürchtet und ihr unterstellt wird, ist in der Warenökonomie bereits existent. Viele Dinge, die man glaubt, in der Warenökonomie durch Lohnarbeit erreichen zu können, sind nach der Realisierung in der tauschfreien Wirtschaft angelegt beziehungsweise bereits für jeden vorhanden. Und zwar eben für jeden, was in einer tauschbasierten Wirtschaft nur für jeden versprochen, aber nur für wenige zur Wirklichkeit wird. Menschen, die sich über andere stellen wollen, machen es sich zunutze, dass Menschen Aufgaben erfüllen wollen, sie erzeugen Mängel, bieten Lohnarbeit und vermeintliche Freiheit. Geld ist ihr Steuerungs- und Repressionsmittel. Wer in der Geschichte nachsieht, wird sehen, dass Geld zu nichts anderem gedient hat, als zur Repression und zum Machterhalt weniger. Und der Grund, warum wir nicht einfach einander schenken, ist der, dass eine kleine Gruppe von Menschen ihre geldgestützte Macht nicht verlieren möchte. Sie erzeugen und verbreiten Ängste, die sie selbst am meisten haben. Angst vor Armut, Angst, sich nicht mehr versorgen zu können. Daher malen sie dieses Bild von einer alternativen Gesellschaft, in der so etwas gar nicht möglich ist. Und um diesen Ängsten Nachdruck zu verleihen, erzeugen sie künstlich katastrophale tötende Zustände, wie Kriege, Terror und Knappheiten, nutzen Naturkatastrophen, um weitere Ängste und Mängel zu erzeugen, stellen natürliche Veränderungen als Katastrophe dar und propagieren ihre Abhängigkeit schaffende Hilfe als rettende Wohltat. Menschliches In einer tauschfreien Wirtschaft ändert sich auch der Umgang mit uns selbst und anderen. Gefühle zu äußern bedingt Vertrauen. Eine Monetärökonomie schafft eine Atmosphäre des Misstrauens und der Konkurrenz. Gefühle stören den Arbeitsablauf und die Effizienz. Geldsysteme bringen Menschen dazu, funktionieren zu müssen. Das verursacht massive psychische und psychosomatische Störungen. In einer tauschfreien Ökonomie ist eine Konkurrenz nicht vernichtend und grundsätzlich auch nicht erforderlich. Der Kampf um die Existenz verliert an Bedeutung, weil er nicht mehr gegeben ist. Menschen können sich auf ihre Stärken und Fähigkeiten konzentrieren. Auch der zwischenmenschliche Umgang wird ein anderer, weil der Gedanke an Besitz und Eigentum ein anderer wird. Doch behandeln wir die Details im nächsten Beitrag. ... Zeig ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020